Lass uns einen Spaziergang machen. Ja, eine gute Idee. Schaut mal, dort sind Sternschnuppen. Ich wünsche mir einen Hasen. Ich ein Eichhörnchen. Und ich ein Rehkitz. Oh nein, jetzt kommen wir nicht mehr nach Hause. Ich habe ja noch eine Spieltage dabei. Das ist super. Hört ihr das? Das sind die gewünschten Tiere. Aber jetzt gehen wir wirklich nach Hause. Ich habe ja noch ein Eichhörnchen.